Hallo liebe Freunde, Diego hier, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Bevor wir mit dem Thema des Tages beginnen, möchte ich euch darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr kein einziges Video mehr und dabei unterstützt ihr mich. Für euch sind es zwei Klicks, die euch nichts kosten und für mich ist es eine große Unterstützung. Deswegen sage ich euch vielen herzlichen Dank im Voraus. Thema des Tages, naja, ihr seht es schon, im Hintergrund ist der Fall Chrupalla. Kleine Prämisse, wer meine Videos angeschaut hat und wer mich kennt, der weiß, dass ich sowohl den Mainstream als auch die AfD kritisiere. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich kritisiere den Mainstream, weil ich progressistische Politik im engen und weitesten Sinne nicht mag und ich liste jetzt nicht die Bereiche auf, sonst bleiben wir hier bis morgen. Gleichzeitig aber kritisiere ich auch die AfD, insbesondere wegen ihrer Nähe zu Russland und zu China. Also ja, absolute Objektivität gibt es nicht, aber ich mache mir an zu behaupten, ich wäre unverdächtig, irgendwelche Sympathien oder starke Sympathien für die AfD zu haben. Okay, das gesagt, würde ich einfach sagen, wie waren die Reaktionen bis jetzt? Also wir wissen, dass der AfD-Chef oder Co-Chef Tino Chrupalla ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und einen Acht, glaube ich, oder zwei in der Intensivstation auf alle Fälle unter Beobachtung verbracht hat. Teilweise sei er nicht ansprechbar gewesen und sofort hat die AfD von einem Anschlag oder von einem ähnlichen, von einem täglichen Vorfall geredet und der Mainstream, der offizielle Mainstream, Achtung, hat versucht, von Anfang an diesen Fall herunterzuspielen. Dazu sind auch sämtliche Trolle gekommen mit Hass-Tiraden, mit Mutmaßungen und so weiter. Ja, sowas wie ja, das war eventuell ein Insektenstich und bla 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 und so weiter und so fort. Und jetzt sind ein paar Fakten rausgekommen, basierend auf dem Entlassungsbrief des Krankenhauses. Die Junge Freiheit hat darüber berichtet, aber wir sehen ja, und das ist eben die Quelle, die ich heute heranziehe, GMX. Auch GMX hat darüber berichtet und ich glaube, GMX ist Mainstream. Ich glaube, diese Webseite ist bekannt, ist sowohl E-Mail-Service als auch Nachrichtenportal und um diesen Nachricht geht es heute. Schauen wir uns genau diesen Online-Bericht an. Und zwar, Ergebnis von Tino Chrupalas toxikologischer Untersuchung ist da. Hier die kurze Zusammenfassung. Tino Chrupala wird während einer Wahlkampfveranstaltung ins Krankenhaus gebracht. Schnell ist von einem täglichen Vorfall auf der AfD, auf den AfD-Chef die Rede. Nun gibt es erst den Details. Ja, und wir sehen hier, die kriminaltechnische Untersuchung seiner Blutproben, also von Tino Chrupala, hätten keine besonderen Befunde ergeben. Gut, also die toxikologische Untersuchung der Ermittler sei unauffällig gewesen. So, so weit, so gut. Und selbstverständlich sagt er am Mainstream, aha, seht ihr, kein Gift. Im Spiel. Naja, was heißt aber Gift? Wir werden es sehen dann später, was das bedeutet. Denn gleichzeitig ist im Entlassungsbrief von einer intramuskulären Injektion die Rede. Und das eben, ja, das zerschmettert sozusagen jedwede These über einen Insektenstich, denn selbst eine Hornisse kann eine intramuskuläre Injektion machen. Also es geht nicht. Es ist zwar sehr schmerzhaft, der Stacheln an der Hornisse ist sehr groß und tut weh, dringt tief in die Haut rein, aber es ist nicht eben intramuskulär. Das bedeutet, da ist eine Nadel im Spiel. Und ob an der Nadel auch eine Spritze dranhängt, naja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Allerdings, im Entlassungsbrief ist auch von einer Infektion mit unklarer Substanz die Rede. Und jetzt streiten sich ein wenig die Gemüter, ob das irgendwie ein Tippfehler der Jungenfreiheit war. Infektion oder Injektion, weil Infektion ist etwas, also per Definition etwas Virales oder Bakterielles. Und mit einer unklaren Substanz, dann sollten die Ermittler, müssten die Ermittler noch weiter ermitteln. Und nicht einfach sagen, ja okay, die Substanz ist unklar. Es ist eine Infektion, da passt schon auf gut Deutsch gesagt, weil eben ein Politiker auf nationaler Ebene sozusagen, ein Nationalpolitiker, nicht im Sinne der Gesinnung, sondern im Sinne von Bundesebene eben ins Krankenhaus gebracht worden ist und hat natürlich sehr viel riskiert, laut den Krankenhausärzten selbst. Und wir sehen hier weiter. Nadelstich. Ja, ein Nadelstich wird im Entlassungsbrief erwähnt. Und zwar ein Nadelstich im rechten Oberarm. Gut, zwar beteuern Polizei und Staatsanwaltschaft, dass es keinerlei Erkenntnisse vorliegen angeblich, dass der Koppal angegangen oder angegriffen wurde, aber hier ist es von einem Nadelstich im rechten Oberarm die Rede. Und das Ganze ist ein wenig Suspekt, ein wenig anrüchig, finde ich zumindest. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum Beispiel. Klar kann ein Gift im erkümmlichen Sinne des Wortes ausgeschlossen werden. Ich sage euch warum. Jetzt sofort Spritzen, Notfallspritzen, die per Daumendruck zu aktivieren sind. Die setzt man an den Oberschenkel drauf und dann gebe ihm. Und in so einer Spritze ist auch ein Gift drinnen, das eben zum Beispiel Sarin entgegenwirken soll. Und in diesem Fall wäre zum Beispiel das Gift der Tollkirsche. Nur wenn man sich so eine Spritze eben einspritzt, ohne eine Sarinvergiftung zu haben, sagen, ja, ja, der vergiftet sich selbst an der Tollkirsche. Jetzt ist ein Extrakt des Giftes der Tollkirsche drin, hochdosiert, weil es schnell einwirken soll. Nun, es ist so, dass es überhaupt nicht einfach ist, an solche Dinge heranzukommen. Das heißt eben nur, wer irgendwie gute Connections zu irgendwelchen Militärs hat oder irgendwie in bestimmten Internetbereichen unterwegs ist, die, ich sage mal so, nicht World Wide Web sind, naja, da kann sein, dass derjenige an solche Dinge herankommt. Aber es ist trotzdem sehr schwer und natürlich auch sehr gefährlich. Also auch da spurlos werden solche Käufe sozusagen nie getätigt. Und dann ist es so, so eine Spritze mit so einem starken Gift hätte Gino Chrupalla ja viel mehr als 1,8 oder 2 in Beobachtung im Krankenhaus beschert, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das scheidet aus. Also wenn das ein Anschlag gewesen ist, ich will jetzt keine Mutmaßungen aufstellen, deswegen sage ich jetzt mal, bleiben wir im Bereich der Plausibilität. Wenn ein Anschlag, wenn es ein Anschlag war, dann ist meines Erachtens Folgendes passiert oder könnte sich so zugetragen haben. Irgendjemand hat festgestellt, dass Tino Chrupalla zum Beispiel irgendwie eine Krankheit hat, die ihn zwar nicht umbringt, aber ihn von einem Medikament abhängig macht. Jetzt mach mal so, ich kenne die Krankenakte von Tino Chrupalla nicht und das ist auch gut so. Das ist eben Datenschutz etc. Das sind persönliche Daten, sehr empfindliche Daten. Aber machen wir so ein Otto Mustachmann. Der Otto Mustachmann ist Diabetiker und irgendjemand hat seine Krankenakte gehackt, ist rangekommen. Und ein Diabetiker in so einem Ausmaß, dass er Insulin spritzen muss. Und ihr wisst schon, was da passiert. Das heißt, man kann nicht einfach so Insulin ja, regelmäßig einspritzen oder wenn man lustig ist, sondern der Patient muss erst seinen Zuckerspiegel messen und dann, wenn es vonnöten ist, Insulin spritzen. Tut er das nicht und spritzt einfach wahllos, dann riskiert er eben schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen bis in zum Koma. Und jetzt könnte man meinen, wir reden immer von diesem Otto Mustachmann, dass irgendjemand seine Krankenakte gehackt hat und ja, Insulin gekauft hat. Beziehungsweise ein Kumpel von ihm, der auch Diabetes hat, hat Insulin gekauft. Insulin ist für einen Diabetiker auf Rezept zu erwerben, einfach zu erwerben. Dann passiert Folgendes, da schleit sich der Täter an diesem Otto Mustachmann ein und verpasst ihm eine Spritze mit Insulin im rechten Oberarm. Und zwar dann 50-50 Joker, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, war es sogar vielleicht überfällig, dass der Patient da Insulin gebraucht hat. Da passiert gar nichts. Im Gegenteil, der hat ihm einen Gefallen getan. Oder das war der falsche Zeitpunkt. Das bedeutet, da riskiert das Opfer sehr viel. Auf alle Fälle ist so eine Sache, wie eine gefährliche Körperverletzung einzustufen. Punkt. Aus. Ende. Also das wäre sozusagen der Bereich der Plausibilität. Aber nochmal, bewiesen ist noch gar nichts. Weil, und man muss wirklich präzise sein, ja, ein Nadelstich ist im Spiel. Dieser Nadelstich sagt aber nicht sofort Fremdeinwirkung. Wiederum, ich weiß nicht, ob ihr einen kennt, aber ich kenne keinen Diabetiker, der sich eine Insulinspritze im Oberarm verpasst. Das definitiv nicht. Das kenne ich gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Fakten. Wir wissen, dass es kein Insektenstich war. Wir haben hier mit einer Nadel zu tun. Wir haben auch hier mit einer Infektion angeblich mit einer unbekannten Substanz, die aber noch nicht weiter ermittelt wurde. Also unbekannte Substanz. Welche könnte sie sein? Und welche Art von Infektion ist es? Ist es, weil die Spritze doch nicht sterilisiert war? Was ist das? Aber auf alle Fälle ist eine Nadel im Spiel. So, und alles andere sind Spekulationen. Aber es wäre interessant zu wissen, was da genau passiert ist. Und ich weiß nicht, ob jetzt die, nicht nur die Medien, die Medien berichten darüber, ob die Ermittler, Polizei, Staatsanwaltschaft etc. die Ermittlungen fortführen werden. Denn ich würde einfach sagen, deren Glaubwürdigkeit ist tatsächlich auf dem Spiel. Wenn ein Bundespolitiker ins Krankenhaus gebracht wird mit Verdacht auf Fremdeinwirkung, also im Sinne eben einer gefährlichen Körperverletzung, die auch Todesfolge hätte eventuell unter Umständen bringen können, dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, die Ermittlungen nicht einfach so abrupt zu beenden und das ganze Adapter zu legen, sondern weiter zu ermitteln. Das ist aber mein persönliches Rechtsempfinden. Und was sagt ihr dazu? Bitte schreibt es hier unten in die Kommentare. Bitte bleibt sachlich. Ich habe versucht, jetzt auf alle Fälle Sache zu bleiben und ganz genau die Fakten von den Vermutungen, Bundmaßungen etc. auseinander zu halten, so wie es sich gehört, ohne den Fall herunterzuspielen und ohne den Fall zu dramatisieren. Nochmal, man kann nicht einfach sagen, passt schon. Ja, gehen wir auf den nächsten Punkt der Tagesordnung über. So funktioniert es nicht. Aber man kann auch gleichzeitig nicht sagen, ja, sofort, Anschlag, ja und so weiter und so fort, mit allen Thesen, die man dazu dichten könnte, weil es eben Thesen sind. Okay, wir werden sehen. Das war's für heute, liebe Freunde. Vielen herzlichen Dank für Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht, so verpasst ihr kein einziges Video mehr. Vielen Dank nochmals, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Servus. Bis zum nächsten Mal.